Freunde, ich glaube der einzige Charakter, der uns fehlt, hat vielleicht Granaten. Jetzt ist die Frage, wo? Das sieht für mich wie ein Kind-Charakter aus. Okay, das haben wir gemacht, das weiß ich noch, das haben wir gemacht. Ach guck mal, wir können das wahrscheinlich so an den Pfeilen erkennen, weil ja noch ein grüner Pfeil mit blinkt. Ja. Ja, kannst du mal da oben nachgucken? Kommst du dahin? Kannst du es dahin versuchen? Ich guck mich noch ein bisschen an. Ich brauche einen Charakter mit einem Schwert. Oder warte, ich kann auch vielleicht hinfliegen. Ja, wenn die Steuerung nicht so blöd wäre. Sorry. Verzweil bitte. Nein, was macht der? Was baust du denn da? Der Leiter. Ach lol, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Ja, Freunde, übrigens, ich weiß nicht, wie wir es zusammenschneiden. Aber es könnte natürlich jederzeit passieren, dass eine neue Folge anfängt oder beendet wird. Guck mal, was ist das? Hä? Oh, cool. Oh, da ist der Granatentyp. Das ist der Granatentyp. Ach, gehen wir in jeden Fall hier? Weiß ich nicht. Ja, okay. Dann sind wir weitergekommen. Danke, Michael. Gut, dass du es gefunden hast. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Ich glaube, wir müssen hier eines von diesen Sperren mitnehmen. Ah, hier. Hinschmeißen. Hatten wir das Level nicht schon? Gött. Ich kann mich total an dieses Level erinnern. Vielleicht, weil du schon mal das Spiel gespielt hast? Eh, nee, komm her. Du musst es zur rechten Seite bringen. Und dann da hinwerfen. Ich guck mich mal. Ne, gibt's gar nichts. Glaubst du, wir kriegen hier das Geld zusammen? Ist gut möglich, ist gut möglich. Guck mal, wir haben jetzt schon die Hälfte. Und da oben sind zwei blaue. Das ist unmöglich. Oh, wieder schöne Musik im Hintergrund. Ja, die schön gecopyrightet wird. Fast jede Folge ist bisher gecopyrightet worden, aber hey. Ja, wir machen dann die ganzen Leute aus, die von diesen Let's Plays leben. Äh, du kannst die Copyright-Musik hier, glaub ich, ausstellen. In Option... Äh, Musik aus. Oh. Hast du gar keine Musik, aber dann blenden die halt da irgendwas hier free und basic rein. Aber das finde ich irgendwie lame. Das fügt sehr zur Atmosphäre hinzu. Das passt aus sehr gut. Die Musik ist auch generell sehr gut. Ja. Ach man, ich weiß nicht, wen wir da rankommen. Guck mal da, guck mal, du hast ja... Das sind so sich bewegende Dinger, da müssen wir... Komm, wir müssen hier rüberspringen, aber ich kann nicht... Hä, doch jetzt? Okay, keine Ahnung, jetzt hat's geklappt. Hier kommt du auch mal rüber. Ich kletter mal hier hoch, wir wissen, was hier ist. Ich muss ihn rausziehen. Yeah. Endlich mal, nach 10 Leveln, wieder mal wahre Abenteuerreich. Okay, du hast die Schaufel, damit können wir dann das hier ausgraben. Willst du die machen oder ich? Ich mach schon. Okay, dann mach du mal. Äh, ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht, was wir noch so machen können. Hm. Das kannst du dann wegsprengen. Die silberen Sachen kannst du ja wegsprengen. Genau. Yeah, Money, Moneten. Aber leider dringend nötig, das Geld. Auch müde, Manni. Was haben wir denn hier? Ah, ein Zahnstocher, cool. Muss man gedrückt halten oder? Ah, gedrückt halten. Ich dachte, ich muss spam. Yay. Ne, jetzt aber ohne Witzes Level erinnert mich sehr an ein anderes Level, was wir schon mal gespielt hatten. Was du das Level damals gespielt hast, was du selber gespielt hast oder hast du schon beim 4. Tag gebrochen? Äh. Da war auch dieses 1 Level, was ich fürs Spiel. Ich glaube, im alten Let's Play hatte ich nur den 4. Film durchgespielten mehr nicht. Ich glaube, der andere hatte ich gar nicht gespielt. Hatte ich den 4. Film überhaupt durchgespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Mann! Ich brauch den 3DS-Effekt. Das geht nicht, Michael. Das geht einfach nicht. Das geht doch nicht. Oh, jetzt geht's. Cool. Bitte sag mir der Knopf. Mach das einfacher. Was macht der Knopf? Gar nichts. Yay. Liebe ist, wenn die Knöpfe nichts machen. Wir brauchen Wasserflaschen. Ja, hier oben sind doch welche. Und... Plischplasch. Reicht doch, oder? Ja, reicht schon. Jetzt musst du noch da hinkommen. Das schwierigste Teil. Michael und Jump'n'Run. Achte auf deinen Schatten. Oh! 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 Oh mein Gott, wie knapp! Okay, du bleibst einfach da. Ich mach das um. Oh! Gut, dass Indie so hoch springen kann. Alright. Ab ins Meer. Ich will nämlich noch mehr Schätze. Schätzchen. Schätzchen. Hey! Hey! Was? Ist was? Mal gucken wir die Wand an, oder ich? Ist doch interessant. Warte, 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 warte. Wer spielen wir grad? Hä? Wieso kriegen wir den grad nicht? Warte mal. Geh noch auf den Charakterrasto. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Das ist doch der mit dem grauen Hut. Ah, den haben wir den schon. Komisch. Warte, hier sind Wasserflaschen. Die haben nichts zu bedeuten, oder? Hoffentlich nicht. Das ist dieser eine britische Offiziertyp. Wo ist der? Ja. Also wir wissen jetzt, wo zwei der Bonuslevel sind, aber das dritte wissen wir jetzt noch nicht. Guck mal, hier ist Kalis Schädel. Ja, stimmt. Und ihre Überreste fliegen ja auch noch rum. Ich gucke jetzt aber wirklich an jedem kleinen Pixel nochmal um. Also hier ist ja das letzte Bonuslevel. Oh, Kiratenchiff. Boah, so ein Kiratenchiff, das sieht schon cool aus. Ja, das haben wir noch gleich genauer betrachtet. Wir wollen ja heute den Film endlich abschließen. Ich muss aber auch sagen, dass diese Map echt überhaupt nicht schön ist. Ja. Also die nervt einfach. Warum riesige Maps machen, mit so ein paar Leveln. Dass man es auch kompakter machen könnte, ja. In Lego Star Wars fand ich die nicht schlecht. Also wo man dann praktisch so einfach nur durch die Tür muss. Ja, Junge, ohne Witz, Lego Star Wars, die alten Teile, die habe ich hier gespielt. Und da fand ich das Levelsystem sehr klug gemacht. Du bist einfach in diesem Bazar, da spielt die ganze diese coole Mucke. Du kannst einfach durch die Türen gehen, die nummeriert sind in römischen Zahlen. Und wenn du Star Wars Fan bist, dann kennt sich mit römischen Zahlen einfach aus. So, und ja. Sehr simpel. Da hinten waren wir doch, oder? Wo waren wir? In dem Level? Ja. Ja. Ich meine schon. Ja. Ja. Da guckt, da steht da. Ja. Lass mal nochmal zurück nach Chinatown gehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da in der Nähe vielleicht auch irgendwas übersehen haben. Oh, das fehlt ja nicht nur noch. Ja. Also, wir müssen ja nicht nur noch die Characters finden, damit wir die Level machen können. Und das eine Bonus Level müssen wir finden, was wir nicht gemacht haben. Da! Da! Ich habe ihn! Okay, nimm du den. Weil einer von uns muss Indie sein. Oder warte, ich nehme den und du bist Indie. So, dann können wir das zumindest jetzt schon mal schnell machen. Das Level. Ach, da hinten war das. Ja, die Brücke hier, siehste. Es gibt ja, es gibt ja in Amerika Chinatown und es gibt Koreatown, aber gibt es auch Germany Town. Ja, Berlin. Ja, aber es liegt ja nicht in Amerika. Boah, Alter. Du bist frei! Du kannst fliehen! Glaubst du, da würde einen umbringen? Glaubst du, Elefanten würden Menschen umbringen? Einfach so? Ja. Echt? Es gibt so eine Geschichte, die ich ziemlich traurig finde. Das war, glaube ich, so vor 100 Jahren in Amerika. Ich muss dir denken, da hat man halt so Elefanten für den Zirkus genommen. Hier ist das für dich. Und da gab es so einen weiblichen Elefanten, der hieß Mary the Elephant. Oh. Und dann kam da so ein... Du musst dir denken, da gibt es ja beim Zirkus immer so Leute mit solchen Feitschen, die dann praktisch so, dass alle... Ja. Ich weiß nicht mehr, wie du siehst, Domptisst oder irgendwie sowas. Dompteur, keine Ahnung mehr. Das macht ihn natürlich wütend. Ja. Und du musst dir denken, da kam so ein Dompteur, der eigentlich gar keine Berufserfahrung hatte. Oh. Und der hat dann praktisch den Elefanten, als er sich runter gebückt hat, um eine Melone zu essen, gegen den Mund getreten und der Elefant hatte an der Stelle so eine Zahninfektion. Oh Gott. Also hatte der Elefant dabei natürlich Schmerzen. Mhm. Und dann hat der Elefant den Dompteur genommen, auf den Boden genommen und dann den Kopf zertreten, also ihn getötet. Mhm. Und du musst dir denken, danach waren die Menschen in der Umgebung sauer auf den Elefanten. Och. Und damit der Zirkus weiterlaufen konnte, hat man den Elefant öffentlich mit einem Kran erhängt. Und da gibt es auch noch Bilder davon. Und das hat man dann als Ausstellung gemacht, wo Kinder hingegangen sind. Alter. Ja guck mal, voll cool. Also man hat den Elefanten praktisch wie einen Menschen zum Tode verurteilt und dann öffentlich aufgehängt. Stell dir vor, du behandelst einen Elefanten wie einen Menschen. Hä? Ne, das ist jetzt kein Witz. Das klingt so albern. Es wurden schon mehrfach Tiere zum Tode verurteilt, auch Hunde und andere Tiere. Ja. Das ist jetzt kein Witz und die wurden dann auch wirklich umgebracht. Kurze Frage, was haben wir übersehen? Die ist doch auch noch wahrscheinlich. Warte, was? Ich muss hier rennen. Ach, ich muss hier rennen. Das ist so ein Treadmill. Das ist ein bisschen Workout. Give it all you got. Don't stop now. Ich muss sich auch noch drauf. Give it all you got. Weiß ich nicht. Oh Gott, da wird es heiß. Guck dir, der Charakter wird schon rot. Boah, die Geschichte mit dem Elefanten, die hat mich so frustriert. Nehmen wir das ganze Geld mit. Vielleicht können wir noch wahren Abenteuer erreichen. Ja, das ist schon traurig. Aber generell verstehe ich auch nicht. Also klar, früher war ich auch mal in einem Zirkus, aber heutzutage verstehe ich wirklich den Sinn eines Zirkus nicht. Warum die Tiere sowas machen lassen. Ich meine, okay, es ist cool, wenn dein Hund Kunststücke kann, aber es ist nicht cool, wenn du irgendwelche Löwen oder Elefanten in so Käbchen aufbewahrst und dir dann irgendwie beibringst, dass die eine Rolle machen. Oder dass die dich nachher ans Oben tragen oder sowas. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich meine, ja, ist cool. Ich finde es schon pervers, wenn man dann so ein Spektakel draus macht, wo man die dann umbringt und dann Leute Geld dafür bezahlen, um da hinzukommen und dann auch Schulklassen dahin gehen. Ja. Keine Ahnung. Aber es waren andere Zeiten. Da waren die Menschen auch ganz anders drauf. Soll ich das jetzt hier weitermachen? Da soll ich gewinnen, glaube ich nicht. Kann man wahre Abenteuer machen, genau wie bei dem einen Stein. Hast du das schon gemacht? Nö. Oh.... Das hab ich doch vorhin gesagt. Das machen wir jetzt. Aaaaaaah. Aaaaaah. Mach jetzt! Ich kann das grad irgendwas von Steam aktiviert. Muss das gedrückt halten und dann bam. Gedrückt halten und dann bam. Jaaaaay. Pam. Uuuh... Bananna. Oh. Äh. Gack. Ich hab, euch hab ich das letzte Mal besiegt. Schau mal nicht. Wer klont die hier? wir bomben sie jetzt haben wir dafür gecancelt weil wir sie gebombt haben aber wie einfach du die weg klatschen kannst ja dann müssen noch mehr noch mehr fitness workout machen und wir das hier noch machen ja hast du darauf bock ok wasser ich sage einfach ein ja dass das leide ich dann raus ist sehr langweilig aber wir sagen jetzt hier noch geld weil wir keine ob ich sagen wie arm wir hier sind wir sagen einfach an flaschen das findest du lustig das findest du lustig ja schon ironisch ich habe so viel geld und muss jetzt ein fitness workout machen damit aus einer müde geld rauskommt ja da stecken so viele cent stücke drin weil die dachten hier wäre eine wunsch für im brunnen ja ich hoffe wie cool dass wir einfach so bisschen gym machen und dafür dann geld verdienen naja also die ganze zeit münzen raus und diese instagram accounts die hier fitness workout versprechen für geld jetzt kommt eigentlich dann ist papier aus in der töl 2 ja genau genau mich komm wir haben es gleich so sind wir jetzt fertig bitte ja nein ich hab Bock mehr ich lass es jetzt komm mal nachrichten wie viel fehlen uns jetzt einer 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 jetzt ja komm lassen wir liegen wir brauchen keine cent wir ehren den cent nicht wir kriegen dann den euro nicht ich brauche das geld ich brauche das geld hey wie kommen wir da hoch ach so du schlägst erzählt doch irgendwelche npcs verschwindet ich hab Angst vor mir so gefällt mir das yeah boom boom oh ja okay der wird am ende noch zerbombt zwei level fehlen uns noch ne ja und eins davon war das hier unten ich tippe ich mal hier kurz hin brauchen wir doch nicht doch den bücher wohnen brauchen jemand mit einem buch und was was weiter ja buch genau weil ich weiß noch nicht gerade das sind mit dem buch also nicht und sperr okay sperr war gerade vor der tür habe ich gesehen den nehme ich mal eben da so habe ich schon mal suchen wir den bücherwurm ist bestimmt irgendwo ein scheinertor in der richtung oder ja weil da alle streber wohnen wie sieht der aus wer hat denn das buch weißt du es ich weiß nicht am ende ist es der den wir nicht haben aber eigentlich haben wir schon einen mit dem buch weil unten dieses tor wo wir was bekommen für das buch das ist eigentlich leer was er heißen will dass man schon haben und welche nicht irgendwo ist das oder so ein buch genommen keine ahnung ach so das weiß ich gar nicht ob man das einfach so als item irgendwo rumliegen finden kann jetzt darfst du sagen wo er kein copyright mehr hat ich habe kein copyright mehr ach so da stimmt das hatten wir schon da ist nichts das war das wetter haben wir gemacht oder ja warte mal hier können wir was aufsprengen wir brauchen den typen mit dem im britischen offizier typen da ja und bist du von auf springen wieso haben wir ja nicht weggelassen warum bist du denn nicht komm her ich muss hier raus holen wir kommen können die können die spielst du einfach auf ja pech nein ok schieß mir nicht ab nein das war nur ein joc warte mal es fehlen ja noch zwei von diesen steinen hier rot und blau fehlt es noch das heißt wir müssen hier und da mal ein bisschen verprügeln gucken ob wir irgendwas verpasst haben sollten hier zum beispiel das sieht verdächtig aus ja was ich kaputt macht was ich mir auch mitzubringen nein ach so ok mein fehler dann spreng mal auf du du geiler sprenger bitte war es das wert hier ist das dritte secret level ja wir haben es gefunden du bist gut dann brauchen wir wirklich noch den typen mit dem buch hier holen wir mal mit der peitsche da vorne geht das das muss doch das musst du machen kleine runde kurze runde kurze runde stimmt das erst mal die hand nehmen glaube ich dann drauf legen ich puste ein bisschen drauf doch nur stärker gut da bin ich gestorben ich sehe nix ich glaube hier kommst du nicht so durch das schwer mit der kamera ich habe mich da hoch ich habe mich auch bestimmt buch tricksen hier und ist doch hoch gekommen ja es ist geschafft was krass ich bin hier macht das ja aber nicht das ist sehr schwer wir wollen das geld behalten ich übernehme die ganze harter arbeit für dich ich bin so nämlich ja vor allem du das habe ich kein profi ich habe eins davon wird das habe ich schon gebrauchen ja und wie will ich das gebrauchen werde ich habe nicht mal gesehen was hier auf der seite ist geil und los und ich kann durch die wand ans kaputt schlagen schon und menschen töten durch die wand dafür steht mit meinem namen und du verstehst du mit einem namen kurze runde die kurze runde das gegenteil von runde eckige ja genau eckige lange eckige ich bin der lange eckige meine gesicht mein gesichtsform ist eckig weisse das habe ich der lange eckige ist jetzt vorbei ja hallo kumpels kratzen patinas was für euch sei gut drauf oder was jetzt weiß ich muss ich machen so irgendwas ziehen jetzt automatisch analysiert ja ok du musst es nichts machen geiles level oder das kommt dem zu rechnen ja das weiß ich das weiß ich okay damit fehlt da nur noch ne warum fehlen da noch drei und drei level habe ich mich verzählt ganz kurz ich gehe nochmal hier rein das heißt dass das haben dass beides auswählen lässt ok sperrtypen habe ich schon mal wo ist damit dem buch wer hat ein buch schau mal was ich gerade gesehen habe wahrscheinlich nicht relevant aber ich habe hier hinter dem gebäude im blauen statt gefunden ich habe gesehen weil ich es auch gesehen habe ich hätte es eine kiste vielleicht ist ja was drin hast du das war nicht gemacht sind wir jetzt hier aber das ist ja auch schon mal durchgespäten ja ich glaube nicht und ich habe nicht 100 prozent gespielt aber da konnte sich hier anscheinbar erinnern weil ich bin so rum geflogen und das lande will have a nice day ich habe keine ahnung was ich mit gesammelt habe ohne kamera foto machen foto machen ja baby erst mal urlaub auf Madeira buchen wie plötzlich du wachst du gerade auf und ihr macht so mit plötzlich ein foto von dir da komme ich nicht rum da brauche eine kurze runde für ich glaube welche lang nein sterben mich schon nicht gut für die gesundheit ja 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 und jetzt stürmt hahaha wunderbar dankeschön nett von dir dass du die ganze arbeit überlebst genau deswegen spiele ich mit dir damit du die ganze arbeit für mich übernimmst also in game vielleicht bisher kein kind und vielleicht im herzen aber nicht wirklich wochen 30k sind wir sind nicht so rich was das nicht leisten was machen wir jetzt wollen wir nicht ein messer oder so hast du schaufel zufällig ja ja wir sind passpots man sachen weg machen kann vielleicht ist hier ein schwer drin jeweils wusstest du das war mir klar da schauen wir da oben jetzt noch die eine sponsor folge wo mr krabs gary so komplett misshandelt weil gary so magneten in der panzer hatte und der am ende in diesem waschsalon bau dann diesen geldautomaten ding war das und dann am ende so diese welle an geld ihm einfach so entgegen fliegt und er rennt sogar im gegen geld 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 das was er das fein das hat sich gut angeführt deine mama kann bestätigen was wir haben besucht we have company und ich lege die ganze schose jetzt hier weg so ein zelda schiebepuzzle komm du darfst das letzte machen bin mal so nett ich kann nichts machen wie das geht es nicht mehr wieso habe ich den sterben bekommen hier schließlich kurz abend schenke ich dir was machst du du machst die dinge an habe ich recht es hat gezählt habe ich mein gesicht immer weg immer weg guck es zählt noch es zählt noch sehr gut sehr gut okay wir können es beenden wir ignorieren ihn das ist unser neuer freund das ist mein neuer freund aber es ist immer noch komisch 8 von 10 das heißt ok aber trotzdem 8 von 10 das heißt ja dass nur noch 2 2 2 wo sind wir denn hier ich hatte ich das wirklich nicht gefunden ein bisschen flugzeug auflegen glaubst du beim flugzeug fehlt uns noch irgendwas so scheinbar schon sind wir jetzt höchstwahrscheinlich komplett fertig so dass wir nicht werden mund auf das war will nicht okay was haben wir hier für ein sheet freigeschaltet ok verstanden punkt immer 6 jetzt kommt man was fehlt uns denn und wo ist das buch ich kann mich nicht bild uns also der charakter mit dem buch fehlt uns noch haben wir schon eine flugzeugrennen gemacht du kannst mal noch mal machen wenn du willst findest du irgendwas ja dann haben wir das bestimmt noch nicht gemacht weil es ist das andere ding ich muss doch nur gescheitert durchfliegen ich nehme das andere flugzeug und bewacht damit guck mal geht es nicht was ich gerade habe wieso geht es nicht haben wir das schon gemacht ja normalerweise müsste es dann ja trotzdem wieder gehen ich will dich haben nein auf oh fluping das war kleines babyflugzeug guck da war ja das hier mit dem buch ne ja ja haben wir da schon das ding geöffnet muss ja wohl weil da ist ja nichts mehr vielleicht war da etwas drin vielleicht ging es immer um die reise ah ok verstehe naja macht sinn macht absolut sense sense er 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 ich mag diese alten lego flugzeuge auch wo man so die loppen noch überall sieht es hat schon so seinen charme alte lego sets ja ich check das nicht ja auch nicht soll ich sonst mal online nachschauen ja aber das wäre jetzt die einzige lösung die ich noch für uns hätte dass ich eben online nachschauen wo wir weiter machen ok michael ist zwar grad nicht da aber ich habe jetzt nachgeschaut wo wir zumindest jetzt den letzten blauen brick finden genau und dafür müssen wir zurück zum anfang das mache ich jetzt mal eben genau hier beim anfangort gibt es ja überall vasen und so dinge die zerstören kannst und scheinbar haben wir davon eins nicht kaputt gemacht und danach suche ich jetzt eins fehlt auf jeden fall ich glaube ich weiß wo das letzte ist ich war in der aktiven gruppe und ist es da oben ist es da oben ja siehst du es siehst du es wo auf diesem bild ist die vase zieht man das zieht man das siehst du es oh man ist das scheiße versteckt dein gebüsch hier jetzt ist doch Betrug und doch ein Chinatown ernsthaft kannst du eben hinfliegen und nachschauen das ist doch Betrug dann haben wir die zumindest schon mal das hat sehr gut dass man die zumindest eben nachschauen kann gibt es eine ganze seite für das macht mich sehr glücklich wenn ich mit dem flugzeug da rein können ich glaube normalerweise kannst du nicht mit dem flugzeug einfach so nach Chinatown fliegen ich weiß ja nicht aber ich glaube nicht dass das so einfach ist das stimmt dann schießen nicht runter oder die ne kommen die schon hin oder denkst du die fahren da mit dem boot hin könnte ich mir eher vorstellen was macht mein charakter ne du musst da unten du musst da unten da musst du mit dem getter raus und wo hier müsste es sein ah da und was ist es Steinmagnet ja kauf dir mal oder ich finde das müsste von Anfang an drin sein warte mal ey jetzt musst du wieder anmachen ich finde das so kacke dass man das immer selber anmachen könnte muss er wäre ja so zweifach an 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 ja ich will dich auch anmachen danke nicht von dir ok ich gucke jetzt nach wo ah gesundheit danke Charakters ok hier Equipment Equipment, Equipment, Spear, Bazooka, Machine Gun Book das ist der den wir nicht haben das ist der den wir nicht haben das Charakters standing in the village wenn du arrive but you can unlock him right away in order to do so you need to beat the snake extermination challenge which can only be attempted after completing the fourth story level hab ich mir schon gedacht ok weißt du wo das ist ja ok dann zeig mir das weißt du wer das ist welcher Charakters ist hm grad nicht ne aber du siehst doch dann überall so Schlangen und die muss man dann alle töten ok da oben hab ich vorhin alter alter guck mal hier oben war vorhin Schlangen die hab ich getötet ok dann mach du mal deine komischen Videos ach das müssen wir noch machen da oben also wie gesagt da hinten war noch einer da wo meine Fragezeichen ist in der Nähe die hab ich vorhin gemacht und das hier oh mein Gott da der Dorfälteste wenn wir den haben der hat das Buch Dorfältester gekauft und jetzt hm muss ich hin und her switchen damit du den gleich übernehmen kannst ach das ist doch hier das Level ne ja der Typ ohne Haare nimm ihn dir nein genau wie hast du ihn freigeschaltet äh Schlangen besiegen war es nicht das Level war nicht schon besiegt ach das war das unten ne das war glaub ich das unten Level boah nehm schon lange auf schon ne dreiviertel Stunde oh man das ist dann content für zwei Folgen wahrscheinlich hab ich zumindest morgen und übermorgen wieder was einfach das ist dann es das so das ist dann